Diese wunderschöne Immobilie hat eine Grundfläche von 250 Quadratmetern und einladende 180 Quadratmeter Wohnfläche. Das Reihenhaus ist teilmöbliert, hat einen Balkon bzw. eine Lodger und eine 30 Quadratmeter große Terrasse und einen geräumigen Keller mit 60 Quadratmetern und einem Aufenthalts- und Partyraum sowie Technikraum und Waschküche. Sieben Zimmer und zwei Autoabstellplätze vervollständigen das 2007 erbaute Haus in toller Lage in der wunderschönen Stadt Zuln. Im Erdgeschoss finden Sie ein schönes Vorzimmer, einen großen Wohnraum, eine offene Küche und ein WC sowie einen Abstellraum. Der erste Stock beherbergt drei große Zimmer, ein großes Bad und ein WC. Im zweiten Stock findet man ein großes und ein kleines Zimmer, ein Bad und ein WC sowie einen kleinen Dachboden für zusätzlichen Stauraum. Die französischen Balkone dieses hellen offenen Hauses und die moderne hochwertige Ausstattung sowie der fachmännisch geplante und angelegte Garten und die freie Sicht auf den Riederberg vom zweiten Stockwerk machen dieses Reihenhaus zu etwas Besonderem. Außerdem befinden sich alle wichtigen Infrastruktureinrichtungen im Umkreis von zwei Kilometern. Unter anderem ein Ärztezentrum, ein Kindergarten, Schulen, die Boku, Einkaufsmöglichkeiten sowie zahlreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen und eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Die Betriebskosten belaufen sich auf 115 Euro monatlich und der Kaufpreis beträgt Lasten- und Bestandsfrei 449.000 Euro zuzüglich Kaufnebenkosten. Bei Übernahme der Wohnbauförderung verringert sich der Barkaufpreis um die aushaftende Wohnbauförderung von derzeit rund 66.000 Euro. Und wenn auch Sie eine Immobilie kennen, die optimal verwertet und filmisch in Szene gesetzt werden soll, dann wenden Sie sich am besten direkt an OnProject. Wir kümmern uns gerne und professionell um all Ihre Anliegen rund um Immobilien.